Da müssen wir Aktivitäten machen, wir müssen jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport machen, um diese Veränderung des Körpers aufzuhalten. Dann gibt es noch weitere Veränderungen, aber wir wissen noch gar nicht genau, wie lange das läuft und was alles da läuft. Wie zum Beispiel auch das Immunsystem verändert sich in der Schwerelosigkeit und das ist gerade Gegenstand der Forschung. Also eine ganz tolle Frage. Das ist aber normal, dass sich die Mama um einen kümmert und Sorgen macht, aber ich bin momentan eigentlich sehr froh hier oben zu sein und ich denke ich bin hier oben, auch wenn ich im Weltall bin, sicherer als hier da unten auf der Erde in der Corona-Pandemie. Over. Top-Frage, weil wenn ein Loch oder ein Riss in der Außenwand ist, dann hätten wir ein riesen Problem, dann würde unsere Luft entweichen und draußen ist ja Vakuum, das heißt es wäre direkt eine Lebensgefahr für uns. Deswegen sind wir dafür ausgebildet und das allererste, was man merkt, ist, dass einem die Ohren so ein kleines Pop-Geräusch sind. Das ist ähnlich wie wenn du im Flugzeug fliegst und dir gehen irgendwann die Ohren zu wegen der Luftdruckveränderung. Das finden wir dann auch hier, also der Mensch reagiert da schneller auf diese Druckveränderung als ein technisches Gerät. Wir haben aber auch Drucksensoren, die würden dann Alarm geben und dann müssen wir jetzt natürlich auch das Loch suchen. Und das Loch finden wir mit einem Ultraschallsensor, das heißt erst einmal versuchen wir das Modul zu finden, wo das Loch ist. Das heißt, wir machen die Station in der Mitteltür zu und dann sehen wir auf links oder rechts, der Druck weiterhin abfällt und dann unterteilen wir die Segmente immer weiter, bis wir dann nachher das eine Modul gefunden haben, wo wir wissen, hier ist ein Loch, hier fällt der Luftdruck ab. Und dann geht er mit unserem Ultraschallsensor hin und wir hören dann das Geräusch, so ein ganz feines Summen ist das. Das ist nicht so schnell zu finden, weil das geht nur bei ganz kleinen Löchern. Wenn wir ein großes Loch hätten, dann würden wir einfach das Modul zu machen und dann wäre das verloren. Das ist nicht so schnell.